willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of friends mit mir dem torsen und ja vielleicht hört das oder in die sehen tut das ja nicht aber vielleicht habt ihr das an den werten gesehen ich bin einfach mal sitzen geblieben hat mal ein paar mehr videos gemacht um also ein bisschen so ein bisschen am ball zu bleiben auch und vor allen dingen natürlich auch hier in meinem rathaus 13 dorf denn helden halbzeit ja habt ihr gesehen im titel wir wollen zumindest mal die helden halbzeit hier beim royalen champion glaube ich feiern das was ich im moment nicht feiere ich habe keine bücher ich habe keine bücher und deswegen lassen wir den glaube ich hier vier tage laufen und damit haben wir schon mal jetzt ein bisschen wenigstens bisschen dunkles ausgegeben aber ich möchte natürlich auch ganz gerne ein bisschen was bauen nur alles ist im moment immer noch so sündhaft teuer aber man kann es natürlich dank gold pass also ich bin ja hier paar spieler das ist ja dann nicht ganz free to play aber immerhin so ein bisschen und ich muss 1850 punkte geschaffen um hier noch mal den bilder bus glaube ich rein zu bekommen so dass das ganze noch mal ein bisschen bisschen günstiger wird also buildings require 20 prozent less ressourcen also sie verbrauchen noch mal 20 prozent weniger ressourcen and time to build an upgrade also gucken wir mal dass wir das erreichen und wir nehmen uns mal so ein beispiel ich weiß noch nicht genau wo ich jetzt weitermache bei den air defenses oder eher bei dem magier türmen ich kann mir vorstellen das war erst mal eine sache dann komplett durch haben dann habe ich nämlich die ganzen luftabwehren hier durch und muss mich um die nicht mehr kümmern 13 tage 14 stunden okay wir checken mal wie weit das ist wenn wir im pass noch ein bisschen weiter gespielt haben ihr seht ich habe noch ein paar punkte zu machen unter anderem auch im im dunkeldorf das ist nicht schlecht aber ich kann auch noch wussten hier wunderbar dann machen wir fix mal den angriff hier mit den mauerbrechern beziehungsweise mit den bomber so heißen sie hier ja die können die können immer richtig schön viel mauern machen finde ich auch richtig schick wenn ich solche bases habe wie hier denn da können die dann mal so richtig richtig viel mauern machen hoffe ich immer zumindest aber ihr habt ja gesehen ich brauche jetzt auch nicht mehr so super viel da gehen die da rein da gehen die da rein und dann können wir einen auch doch auch noch nach da rein setzen es kommt mir jetzt nicht mehr auf die pokale an sondern einfach nur dass wir hier so ein paar mauern machen und wenn wir dann den bonus mitnehmen ist gut wenn ich nehme halt nicht mit mein gott da werde ich jetzt auch nicht mehr arm dran beziehungsweise der account ist ist ja soweit durch bis auf 33 mauern und die kommen früher oder später kommen die einfach nur durch sammler absammeln kommt das zeug hier auch ein also gold und elixier aber umso wäre natürlich schicker wenn man das ganze mit bonus kriegen aber hier meine mauer heim die ganze flanke schon schön ab und die elektropecker ging ganz gut durch das schaffen leider keine prozent mehr aber noch ein paar mauer so dass wir das clanspiel an nicht das clanspiel da spiele sind ja irgendwann anders so dass wir das passspiel hier wenigstens schaffen schafft da glaube ich keine mehr denke ich mal da unten an den ich ganz aber da oben geht noch ein bisschen was aber jetzt kommt da auch die kanone okay aber ich denke mal mir fehlten da ist nicht mehr ganz so viel das war die schon mal drin haben hier und die haben wir schon mal drin das waren jetzt satte 100 punkte nicht schlecht damit sind wir bei 16 130 gebäude update hat die tage jemand gesagt ja mach doch einfach ein gebäude in irgendein deiner dörfer okay hier geht jetzt kein gebäude mehr und im anderen und dem anderen dorf kollege ja da da erfahre ich mir nicht was ist das billigste was ich hier machen kann das sind hier die bomben 1000 die eine million 275.000 also ich bin ganz ehrlich die jetzt nur wegen dem spiel einmal anstarten und abbrechen das mache ich nicht so einer bin ich dann auch nicht und als das mache ich an der stelle nicht alter was greift denn der wieder so lange an hier mann weißt du immer im boost na okay mit mit den schergen wie viel prozent habe ich denn eben gemacht 60 prozent habe ich glaube ich nicht geschafft nachher aber ihr seht dass er hier das sammelt sich ganz stetig hier und die 33 mord schaffen sicherlich also müssen wir hier ein bisschen was tun hier muss ich mit riesen noch einmal angreifen das gibt 100 punkte und ein paar sterne machen okay und das tagesspiel haben wir mal rein gehen wir mal kurz in die ja in die dunkle luke her tolle wurst teilen zwei leute ist keine liga wo man spaß hat ich habe ja auch keinen spaß mehr hier sind nämlich gar keine leute mehr drin das heißt ich habe jetzt schon notfalls den den toto hier reingebracht in den klaren damit ich wenigstens spenden konnte ich nehme jetzt einfach aus ich gehe dann später in klaren spätzen mit so ist aber hier hatte ich euch kurz mal die lupe dann war ein angriff okay leute ich check mal eben die uhr ich check mal gerade die uhr wir haben es jetzt 30 ich habe angefangen um 21 zu suchen in neun minuten habe ich jetzt gesucht das dauert mir einfach fürchterlich zu lange muss ich sagen und richtig intelligent der toto der toto ist auch mensch bin ich intelligent wir brauchen riesen super wir brauchen riesen nach keiner sagt mir das keiner sagt mir dass das wir hier riesen brauchen okay wir lassen hier unten mal unsere unsere kaserne raus da kommen glaube ich ich glaube da kommen riesen raus genau weiß ich es gar nicht was ich da zur zeit drin habe und wir gucken mal wie weit unsere queen hier geht die geht ja schon mal ganz schön weit dann bringen wir die kurz mal in wut wo gehen denn meine mauerbrecher hin adg nach da drauf okay glück gehabt da habe ich gerade mal so glück gehabt dass die auch nach dahin gehen und denn da lag eine beziehungsweise dass die queen dahin geht da lag eine bombe das nicht schlecht und ja ich würde sagen wir ziehen hier die die gleich mal mit rein hier und er steht auf jeden fall auf boden den wollen wir auch jeden fall auch als nächstes machen und jetzt gucke ich mal wo ich hier mit dem king eigentlich weiter fahren kann ich glaube hier unten ist ja ganz gut aufgehoben so die gehen schon mal richtung adler ich weiß leute ich war jetzt ja irgendwie habe ich jetzt habe ich das jetzt nicht mehr gemacht dass meine truppen ort da da muss ich die heilen da ist der scattershot ich nehme die mal eben hier in in die pflicht beziehungsweise nehme die kurz mal wo sind denn meine ganzen meiner ach da unten ich hatte fast verloren da ist noch eine queen die darf nicht so doll schießen das rathaus haben wir auch bekommen war das sieht eigentlich ganz gut aus das sieht noch ganz gut aus hier hinten noch mal so ein bisschen was gesetzt wo kann man denn eigentlich unsere queen noch mal schützen auch die riesen gehen dann noch da gehen noch die riesen dann kann ich hier den magier mit mit setzen und ich glaube hier ist der freeze noch mal ganz gut aufgehoben gar nicht mal schlecht okay dass wir warten hat sich in jedem fall gelohnt die die base mal auf 100 hier aber trotzdem der hat jetzt keine klaren burg meine helden sind aber gleich wieder da das ist eigentlich das ganz gute an der an der geschichte und wir kommen dem pass näher sind nämlich drei sterne gewesen ich glaube zehn sterne muss ich noch machen für das klanspiel das waren jetzt schon mal 33 dazu aber die haben jetzt auch echt lange gedauert und so zieht sich das natürlich auch wieder hin die lasse ich mir mal eben wieder befüllen kurzer cut bis die armee wieder da ist und beziehungsweise bis ich truppen habe die training jetzt eigentlich kann ich noch mal nach trainieren denn ich hoffe dass ich gleich auch noch einmal mit den riesen jetzt einmal nur angreifen muss vielleicht wird es auch vielleicht wird es auch ein großer fehler keine ahnung aber wir müssen in jedem fall noch sieben sterne machen das natürlich gar nicht mal so einfach 3623 angriffe brauchen das sicherlich noch mal mal sehen wie viel wir machen nicht dass die video folge so lang wird und ihr euch wieder beschwert dass alles wieder so ultra lang bei mir ist leute nachdem ich jetzt zweimal hier kläglich versagt habe muss ich ja einfach mal einen mitnehmen wir nehmen den man mit kein adler kleines dorf hier ressourcen sind mäßiger ressourcen sind mir jetzt wirklich mal egal und wir gehen hier auf ecke rein wir gehen mal darauf ecke rein habe ich einen ballon dabei ich habe einen ballon dabei wunderbar und dann soll es die queen jetzt erst mal richten zumindest ein kleines teilstück also ich habe jetzt daher ich weiß was es werden müssen wir gehen mal rein es hat mich schon ein bisschen geärgert muss ich sagen weil ich eben nur einen stern geholt habe auf einen dorf ich meine habe ich schon jemals mehr geholt ja ich habe schon jemals mehr geholt aber da muss man jetzt schon da muss man ganz hart jetzt schon unseren unsere queen hier in die pflicht nehmen okay dann können die jetzt hier weiter rein gehen aber jetzt geht man nicht alle nach außen leute pecker da ich meine so ein bisschen könnte auch reingehen sag ich jetzt mal so ein bisschen könnt ihr auch reingehen alter falter die die lauf machen richtigen grundläufe erst mal ach jene die machen ja jetzt erstmal richtigen grundläufe hier keine heiler mehr da okay aber hier kommen noch und ein paar ballons kommen da aus der klaren burg was ich natürlich auch nicht habe ist vor allen dingen einen heilzauber ne nicht einen heilzauber sondern anderen zauber da ihr wisst schon was ich meine ja 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 die musste ich da mal gerade in die pflicht nehmen so die lassen wir hier außen mal ein bisschen mit laufen aber in der mitte okay ach da sind meine riesen aus der klaren okay in der mitte sind meine riesen aus der klaren burg und wir müssen in jedem fall den king hier am leben halten und sicherlich auch auch wir haben keine keine zauber mehr leute das ist nicht gut das ist echt nicht gut das wird wieder nur ein einsterner kurz mich ein bisschen an muss ich mal so sagen es kürbelt mich echt ein bisschen an ach man 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 da greift sie schon sondern ich nenne es mal so vermeintlich nicht so tolles dorf an und dann passiert sowas ja echt super die vier erdbeben zauber waren mal richtig episch naja gut ich meine wer so verhandelt wie ich der der hat es auch nicht anders verdient hier so sonnen so einen nicht so tollen angriff abzulegen muss ich mal so sagen aber ich habe noch eis golems da und ich habe auch noch ein paar was ist denn das da oben eigentlich müssen wir mal ein bisschen näher reingehen leute ihr braucht jetzt nicht durch die mauer braucht einfach nur rum rennen ja das machen sie auch wunderbar das machen die auch die habe ich gehört 32 sekunden leute mal sehen ob das noch was wird das ist ein multi inferno hier da könnte noch ein bisschen was gehen der muss erst mal weg und was haben wir denn da im backhand noch ach mein dings nicht mehr aber die hier der king mit dem pecker korn kommt kommt macht das da nein da ist die tornado falle die tornado falle jetzt wenn es doch drei sterne mann 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 aber so eine knappe sache mal wieder hier beim toto meine herren es geht nicht echt meine nerven doch egal egal den haben wir gemacht und wir bauen die truppe in jedem fall wieder nach was habe ich da 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 ja ich habe im momenten ich bin ein bisschen dunkel truppen lastig im moment weil ich natürlich das elex brauche für hier geht noch ein ganz kleines bisschen rein okay für meine für meinen worten der soll ja auch leveln ich habe zwar nur einen bauarbeiter frei das reicht aber jetzt erstmal unter umständen wir haben das spiel hier wir haben die 1850 in jedem fall überschritten jetzt gucken wir noch mal noch habe ich dann nicht freigeschaltet also die kostet was haben wir gesagt 12 millionen 750.000 13 tage 14 stunden wir gehen jetzt mal rein und holen uns den reward ab mal sehen was es jetzt noch kostet wie viel ist das jetzt billiger 12 millionen nur noch zwölf tage 19 stunden es lohnt sich also es lohnt sich also in jedem fall das ganze dann so weit durchzuspielen ich meine ich habe jetzt auch echt ich will nicht sagen gezockt wie ein irre aber ihr seht das hier in meinem attack lock hier unten der einsteller hat mich unheimlich geärgert nach nach den drei sterne und aber gut ich habe jetzt vermeintlich schlechtere dörfer angegriffen oder nicht so gute dörfer angegriffen so muss man es ja sagen und so können wir ich denke mal die luftabwehr hier in jedem fall machen und ich kann sie sogar gleich fertig machen das ist coole denn ich brauche einen bauarbeiter für den worden das ist das coole also die haben wir gleich fertig gestellt und noch sechs millionen da fast fast sechs millionen ist fast eine mauer ist fast eine mauer ein hellbuch brauche ich sehr schicken hellenbruch können wir super gebrauchen für den worden der worden geht ein level hoch ganz sicher leute die vier tage gönne ich dem der royalen champion in jedem fall dass sie dort schlummert aber sechs tage neun stunden hier lasse ich den worden hier nicht dann haben wir den auch schon auf 49 ein level noch der worden also es geht hier ganz gut voran ich habe immer noch den bauarbeiter frei wunderbar können wir ein bisschen mauer machen in den streams und ich würde sagen das war es von meiner seite aus ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir jetzt einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen ab in die live streams link in der beschreibung hier unten drunter twitch tv schräger toto clasht und dann sehen wir uns ganz sicher heute abend und vielleicht auch morgen abend bei ein bisschen fahren bis dahin euer toto clasht